und damit willkommen zurück zu red alert so in der mission haben die sowjets ihren medpanzer vorbereiten hier wir fangen mit dem medpanzer hier die raffinerie gebaut flugabwehr ganz wichtig ich hoffe dass sie alle hier sauber durchkommen nicht dass sie durch die freundliche basis waren das wäre natürlich ein bisschen doof immer ein paar panzer als weg abhaben so dass der medpanzer hier kommt man hier vorne hin du versteckst dich mal hier greifst es hier an ja moment ich bin noch nicht so weit greif dir mal an kommt schon leute ganz wichtig ganz ganz wichtig ja moment ich drücke uns mal hier rein das ist gerade nicht so schlimm sind nur die flieger ähm bracken da sind sie ab spanzern müssen wir es mal hier stehen lassen das ist ja schon gut was hier verteidigt wir dürfen nicht angreifen in ordnung in ordnung bestätigt 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 zwingen die KI dass die das kraftwerk nachbauen soll in ordnung in ordnung in ordnung erwarten ihre befehle bestätigt bestätigt so dann blockieren wir mal den weg hier zum bauen hier kommt man mit hier hoch wenn wir Geld haben Oh, Bomben. So, das ist ein Primärbauwerk. Dann bauen wir mal einen H-Panzer hiervon. 5, 4. So ein bisschen Geld. So, Waffenfabrik ist hier. Gut. Uh. Das geht natürlich gar nicht. Ihr seid mit euch bei einem leisen Fehler gemacht. Das meine ich. Dann baut ihr das Gebäude hier nach. Ich meine gut, dass ich euch das gezeigt habe, dass das jetzt extra sich absichtlich passiert ist. So, was passiert? Er blockiert dann hier mit einem Panzer den Weg hier zum Bauen. Mit den anderen macht er den Weg hier frei. Wir warten bis wir genug Einheiten hier haben. Also, reparieren wir schon mal. So, bauen wir das hier schon mal auf. Mal gucken, ob der hier noch Geld reinpackt. Weil wir können es am besten gebrauchen. Wird geraten. Einheit bereit. So, wir brauchen noch ein paar Panzer. Einheit. Können wir trotzdem mal ein bisschen Stress machen hier. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Alles gut. Hat er was für uns? Jo. Ja, ein bisschen Geld für uns. Das kann wechseln schon erobert. Beziehungsweise infiltriert. Ich meine, ich weiß, wo das Forschungslabor ist. Aber die Mission zu willen, machen wir das mal. So, alles gut. Die Kraftwerke hier weg. Mal ein bisschen auf die Karte achten, dass der Feind umgehört hat, in unsere Basis reinkommen kann. Das wir es nachher nicht bemerken. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Na gut, die sind da auf Abruf. Das ist von der KI so gemacht. War generell sofort programmiert worden. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Hast du Geld für uns? Hä? Geht klar. Aber wir sind auf. Wir müssen aufpassen hier. Nicht zu hoch fahren, weil Tester-Spulen da oben sein könnten. Nicht könnten. Es sind sogar welche da. Ich meine, sogar zwei Stück. Bestätigt. In Ordnung. Ja, Tester-Trupper, ne? Sie sind eklig. So, weg mit den Kraftwerken. Wo sind die Hubschrauber? Okay, Hubschrauber nicht erwischt. Leider. Ja, das wird Wohl die Panzer kommen, weiß ich gerade nicht. Du doch nicht. So, wir machen den Sommer drauf, dann sind wir schon mal ein paar Probleme hier. Wir sind ja hier. Habt ihr wieder Geld für uns? Könnt ihr es mal ausprobieren. Ein bisschen Kleingeld hat er schon gehabt. Button auf die Freude, kommt mir hier runter. Komm mal mit hier hoch, wir müssen die Hunde loswerden. Kein Bock auf Stress mit denen. Ja, die sind da oben, ich spreche, wo die sind. Kommen du mal her. Ja, bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Ja, Sir. So, mitkommen. Ja, Sir. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug wird gebaut. So, guck mal, die beiden sind ein bisschen umständig, dass man die nicht in der Gruppe teleportieren kann. Wie kannst du nicht? Bestätigt. Hier ein Einsatzortrücken. Bestätigt. So, Wauf ist vernichtet. Ich zeige euch mal das Labor. In Ordnung. Was wir mal infiltriert haben. Hier können wir die ganze Zeit einhalten. Nicht schön. Hier ist zu viel los. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. 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 Ich weiß, Geld ist echt Mangelware hier. Du meinst auch du bist hier Rambo, ne? Melde mich in Ordnung. Gebäude. Jawohl, Sir. Und er geht nochmal rein. Was ein Idiot. Auch kein Geld mehr. Hm, das ist schlecht. Ja, Sir. Mit den Einheiten der Baufläche ist Schrott. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. 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 In Ordnung. Bestätigt. Mach dir jetzt mal was fertig. Ein Heim. Mach dir. Strom ist hier abgezapft. Zum Glück. Alles hier vernichten. Also Mad-Panzer, da halte ich nur bedingt was von. Bestätigt. 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 Ich bin jetzt kein Freund von. Sau teuer die Dinger. Und da gibt es keine Garantie drauf, dass der auch Highlight am Ziel ankommt. Jawohl. Erst zur Superordnung. Wir brauchen sie los. Einheit verlozen. Bestätigt. Kann dagegen steuern. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Wir müssen mal gucken, wo die ganzen Leute hier sind. Einheit bereit. In Ordnung. Verfolgt ihn mal. Wird gebaut. Machen wir hier mal weiter. Bauen und Spion. So, jetzt müssen wir auf eins. Mach mal mit. So, mach das mal kaputtieren. Das nervt ein bisschen. Wir haben noch mehr Panzer. Deswegen bewege ich die Panzer auch, damit alle anfangen zu schießen. Dann geht auch hier wieder alles vernichten. Bestätigt. Bestätigt. So, jetzt kommen die Signalrappfackeln. An siehe. Hier, Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Hier können wir ganz in Ruhe zerstören. Sehr, sehr schwach. Was ist denn hier noch im Sammler? Gut. Machen wir hier weiter. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Rufen wir mal die ganze Map hier ab. In Ordnung. Jetzt wird es von Geld her ein bisschen schwer. In Ordnung. Bestätigt. Einheit bereit. Wird gebaut. Wir stoppen wir entgegen irgen. Abgebrochen. In Ordnung. Wird gebaut. Aber wir haben ja noch einen Mauerpanzer. Gar keinen Bock drauf. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Kann man sammeln. Gebäude verkauft. Das kommt weg. Kann man hier noch stehen. Ist auch noch ein Panzer. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Jetzt haben wir mal das Gute ein. Ja, Sir. Nicht so weite Strecken zum Fahren. Was ist denn unnötig? Ah, gerade nichts. Schwierig. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Einheit bereit. In Ordnung. Bestätigt. 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 Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. 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 In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Flugab in der Tür sind noch Leute drin. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. So. Da kommt schon Leute. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Also Flugzeugen oder Hubschraubern. Muss man nicht hier anfangen. In Beiden, die in England anzugreifen. Das bringt nichts. nelse Inono. ninth takes advantage. Schauen wir mal, ob man den beiden Panzern hier weiterkommt. So, die Insel ist hier frei, gut. Hier kommt man wieder mit rüber. Wenn ich die schon sehe, ne? Die kommt auch mal mit, ihr kommt auch mal mit, kommt mal mit, kommt mal mit. Dürfte eigentlich reichen, auch nur eigentlich. Einheit. Einsatz erfolgreich. Ich hatte sie erst in ein paar Tagen erwartet. Ich habe gerade mit ein paar sehr hohen Tieren über sie gesprochen. Ja, wenn man London vor der Atombombe rettet, erregt man Aufmerksamkeit. Der Premierminister hat gerade einen riesigen Korb rüber geschickt mit, naja, mit Präsenten. So als eine Art Trostpreis. Sie wissen schon, wir kriegen Polen, die Jungs, einen Präsentkorb. Tja, ich weiß, sie haben noch wichtige Einsätze vor sich. Ich will sie nicht aufhalten. Ich will sie nicht aufhalten. Machen sie weiter so, mein John. Machen sie weiter so, mein John. Machen sie weiter so, mein John. Das sind die Sitzende. Kommander, oder sollte ich General sagen? Sind Sie noch im Dienst? Gehen Sie da raus? Trinken Sie ein Bier. Sie sind ein Held! Verdammt, wir sind alle Helden! ach ja immer wieder eine geile mission die macht echt bock damals war nicht extrem schwer aber heute so gespielt das ist ein kinderspiel da gibt es wirklich viel anspruchsvollere mission aber sag mal die letzte mission von alliierten in dieser variante juli geht man das ist immer ganz cool ja würde ich mal sagen vielen dank fürs einschalten bis zunächst mal und bis dann